Agent Mike Rodriguez ist ein Verräter. Nachdem er Sergeant Wells die Daten gestohlen hat und geflohen ist, hat er es dem Feind überlassen, den Scharfschützen hinzurichten. Und willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior. Wir sind schon mitten in der angesprochenen Mission und sollen uns jetzt hier einen Weg durch das Lager freikämpfen, wo ja offenbar eine gute Menge Leute unterwegs sind. Aber das ist ja kein Problem. Ich hoffe zumindest mal, dass das kein Problem ist. Ich könnte irgendwie auch das ja nicht geben müssen. Es ist zwar viel zu laut, aber... Das sollte ja nicht stören. Hoffe ich mal. So, jetzt endlich darf ich ja auch mal... ...und entsprechende Waffe verwenden und Krach machen. Oh... 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 8 Prozent Euro immer mit der Ruhe Geht doch. Ich glaube, ich gehe doch wieder zur AK. Schnappe den Verräter. Na gut. Dann fahren wir mal dieses wunderbare Stück. Einsatzfahrzeug. Teil. Der Gerillaführer befreit, der sich selbst El Tijon nennt. El Tijon hat Razor64 verraten, dass die Daten auch die Koordinaten einer geheimen Uranmine enthalten könnten. Dort werden einheimische Zivilisten gegen ihren Willen als Arbeiter festgehalten. Sergeant Wells und die Gerillaeinheit sind auf der Suche nach Agent Rodriguez, um die gestohlenen Daten wieder sicherzustellen. Schloss! Schloss! Schloss mit einem Stück Dreck gelegen! Schloss! Schloss mit einem Stück Dreck! Schloss mit dem Feuer! Schloss mit einem Feuer! Schloss mit einem Feuer! Und hier ist ein bisschen Dreck gelegen! fuck yo den da hinten habe ich verpasst wow das Ding ist echt gar nicht so laut ja und ruhig das Ding ist richtig geil hallo schade leider nicht so wie es aussieht ja hallo und wieder snipen schießen Sie auf die Fenster sobald er vorbeifährt er hat es mit Ihnen die Luft ja komm und das war er hier noch kurz hier alle Zeugen ausschalten der läuft einfach in der Gegend drum als wäre nichts gewesen richtig schlau der Mann wieder auf die Straße und über die Brücke komm du bist ja hier du bist ja du bist ja du bist in der Einer war dann noch da. Das war niemals ein Treffer, aber okay, ich nehm's hin. Das ist doch irgendeine miese Tour. Hallo, Windows-Sound. Ups, er ist gestolpert. Tut mir jetzt aber leid für ihn. Finde ich echt schade. Agent Rodriguez ist tot und die Daten wurden sichergestellt. Bei der Analyse der Informationen wurde festgestellt, dass die Dateien unvollständig sind. L.T. Ron hat uns ein feindliches Lager genannt. In dem der Rest der Daten... Hallo, Windows-Sound. Da O'Neill wieder auf den Beinen ist, ist Alpha-Nine jetzt wieder komplett. Schön, dass sich das Spiel gerade einfach mal minimiert. Finde ich geil. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ich bin doch ein Meister drin, mich nicht erwischen zu lassen. Wissen wer seit den letzten Folgen... Ich bin ja richtig geskillt, wenn's um Tangen geht. Nicht. Das wiederum krieg ich wirklich hin. Hoffe ich. Denke ich. Meine ich. Glaube ich. Geh ich davon aus. Da... Schalt die Zielperson aus, bevor du weiter gehst. Die Zielperson... Schlaf schön. Dann steigen wir mal... auf den Wachturm. Da hinten ist... noch ein Gegner an der Straße. Du musst durch das Gebäude. Auf der Außenseite bist du in Sicherheit. Aber wenn du erstmal drin bist, musst du höllisch vorsichtig sein. Denk nicht mal daran anzugreifen. Zwei Gegner direkt außerhalb der Hütte. Such dir einen hier aus. Ich erledige den anderen. Ach, ja. Außerhalb dieser Hütte. Ich hab mir jetzt gedacht, nachdem sie nicht auf dem Radar waren... meint der jemand anders. Du musst durch das Gebäude. Auf der Außenseite bist du in Sicherheit. Aber wenn du jetzt mal drin bist, musst du höllisch vorsichtig sein. Denk nicht mal daran anzugreifen. Zwei Gegner direkt außerhalb der Hütte. Such dir einen hier aus. Ich erledige den anderen. Ich erledige beide, Saftnase. Gute Arbeit. Jetzt musst du auf das Dach. Oh! Ihr seid scheiße! Oh! Da drüben ist eine gute Menge Leute! Ah! Ah! Die Exerzion offenbar gerade. Da ist der Befehlshaber! So, wie komme ich denn jetzt da am Geschicktesten rüber? So schon mal nicht. Ja, weiß ich. Müssen wir doch inzwischen. So, diesmal darfst du auch mal. Wenn du auch auf deine Kosten kommst und deinen Spaß hast. So, jetzt bin ich auf dem richtigen. Hallo. Ich muss aus dem Gebäude raus. Ich muss aus dem Gebäude raus. Und ich nehme mal an, raus geht's unten. Verdammt, ich bin aufgeflogen. Verdammt. Wir müssen die Mission allein vorwenden. Das haben sie gehört. Achtung, das Gebiet sind schwer bewacht. Sie müssen vorsichtig sein. Nichts gescheitert oder so. Scheiß doch die Wand an. Na gut, dann war's das jetzt auf jeden Fall mit dem Surf-Teil. Jetzt geht's auf jeden Fall ans Grobe. Na, komm schon. Das war doch ein Treffer. Jetzt aber. Unter mir sind noch welche. Und da. Und unten. Ah, hallo. Da ist einer. Na gut, vielleicht darf ich's jetzt noch mal mit Unterstützung versuchen. Sieht so aus, ja. Du verziehst dich da erstmal. Da vorne war auch noch einer direkt hier vor der Tür gestanden. Mal sehen, kann ich dich ausschalten, ohne dass es auffällt? Niemand hat was gemerkt. Messer. Niemand hat was mitbekommen und niemand sieht mich. Dichter drüben will ich ausschalten. Halt ihn wie Kreibefotomein der Gist. Na so, Mann. Sieht großem Acker in dem Lager, da kennen wir doch auch. Genauso wie Dichter drüben ist. Halt ihn, der Barsch bleibt unten. Komm, Marathon. Es sieht so aus, als sei unser alter Freund Ernestos an der Nahe, der Lager. Und in die Gelegenheit nutzen und ihn angreifen, Verdammt, schon wieder aufgeflogen. Wittungadweisung, over. Negativ, wiederhole negativ. Ihre Befehle lauten, die Dokumente sicherzustellen und auf dem Gebiet zu verschwinden. Nein, ich will das, nein, nicht komplett neu starten. Ähm, nein. Hier den letzten Schnellspeicherpunkt würde ich gerne nochmal laden. Kontur, komm, gegnerische Fahrzeuge, bleib in Deckung. Okay, du kommst weiter. So, Dich möchte ich ausschalten. Wow. Dich möchte ich ausschalten und das am besten, bevor du Alarm schläfst. Los, unter die Pipeline. Da sieht man die gar nicht ausgessen. Hier so über die Straße kriechelt. Wie sagt das so? Yes. Immer noch ungesehen. Das ist auf jeden Fall toll. Dauert zwar etwas länger, aber dafür sind wir bis jetzt unentdeckt. Und weiter geschlichen wird in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.